Moin, was geht die Hühner? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Let's play Minecraft Battle mit dem lieben Pierre wieder am Start. Und wir joinen jetzt den Server. Ich bin drauf und da ist auch der gute Pierre und es ist Nacht. Nachthänden. Okay, ich habe einen verzaubert, einen gebogen mit Stärke 2, das ist schon mal gut. Gut, wir sollten uns jetzt in geraumer Zeit auf jeden Fall noch einen Save-Punkt machen. Lass den jetzt mal kurz machen, weil der muss sein. Auf jeden Fall, okay. Lass den relativ nah beim Spawn machen, ich glaube das ist ganz gut soweit. Wir könnten den ja auch so machen, dass wir irgendwie durch den Unterwassereingang reinkommen, damit den kein Mensch findet. Das könnte man machen, aber nee, wir graben uns hier rein und dann machen wir das so, dass wir dann... Ah fuck, ich habe keine Faschen, aber ich kann mir schnell welche machen. Easy. Ich habe Faschen, ich habe Faschen. Ah, okay. Ja gut, haben wir jetzt auch welche gemacht. Ja genau, platziert ihn mal, gehen wir wieder raus. So, wir graben uns jetzt hier einiges rein, stell mal einen Ofen auf oder hast du keinen? Doch, ich habe drei Stück. Jo, dann stell mal wieder einen auf. Ich habe hinten die Tür zugemacht. Nein, 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 wir sind ja nicht auf dem, also es ist keine auf dem Server, also das bleibt hier noch offen. Stell mal hier einen auf, wir müssen das ja hier zumachen. Was soll ich auch stellen? Einen Ofen, immer noch. Und da haue ich jetzt einfach das rein und das rein und ich gehe noch kurz ein wenig Holz holen, weil davon haben wir nichts mehr. Geh du auch mal ein bisschen Holz holen. Ja, mach ich. Easy. Wir machen da drinnen jetzt eine Dingens Farm, eine Sugarcane Farm, aber man sieht hier gar nichts. Sekunde, ich stelle mal hier einen Fakl auf, damit es für die Zuschauer angenehmer ist. Finde ich nicht nett heute. Genau, wir machen jetzt ein bisschen Holz und machen eine Sugarcane Farm in unserem Raum gleich. Und auch eine Truhe, oder eher so halt eine Truhe, wo wir Ersatzstuff drin haben, mit dem wir uns dann gut auslusten können. Also es sollte auf jeden Fall guter Stuff dabei sein. Damit wir schnell wieder los können und im Notfall die Leute weghecken können. Okay, Eli und Philipp kommen auch gleich. Nice. Nice, Alter. Geil, wir haben ja deren Base gefunden. Also, wir haben eine Base gefunden letztes Jahr. Also, Philipp und Eli haben eine Base gefunden. Das haben sie uns erzählt. Und die Base ist von Jakob und Konstantin. Und die haben da wohl alles ausgeraubt oder so. Und wahrscheinlich sind die da noch. Oder sie sind im Nether. Also, wir schauen mal, okay? Pierre. Vor allem, das Lustige ist, Jakob weiß nichts davon. Also, Jakob Konstantin wissen absolut nichts davon. Ich finde das ziemlich witzig. Ich auch. Everywhere I go. Bitch is always on. So, warte mal. Das heißt, wenn die nachher drauf kommen oder morgen, wenn wir spielen, dann werden die halt erstmal ihren Schock des Lebens kriegen. Okay. So, ist das weit genug? Ja, ein bisschen noch. So. Pierre, komm mal wieder her. Ja, warte. Ich mach grad noch den Baum fertig und lang. Ich muss mir auch die Koordinaten aufschreiben, sonst ist das ziemlich gay. Das finde ich ein bisschen nicht wieder. Hol mal ein bisschen Sand, wenn du gerade weckt ist. Ja, ich muss mal schauen. Ah, da hinten ist Sand. Ja, hol einfach mal ein bisschen. Ja, mal. Easy. Ich hab grad noch ein bisschen Essen geholt von so zwei Scheißschasen. Ja, ich brenne grad auch noch mal ein bisschen Essen. So, das dürfte reichen auf jeden Fall. Unser Bett. Oh, scheiße, hast du unser Bett? Ah, ich hab's. Nee. Alles gut, alles gut. Stellst du so mitten in den Raum, damit wir auch nicht irgendwie sterben. Na, nicht. Ist ja keine Nachtscheiße. Da müssen wir uns später noch reinlegen. Also wenn man jetzt von einem getötet werden würde, dann spawnen wir hier wieder. Aber würden die auch das ganze Zeug von uns kriegen? Ja, sicher. Da. Scheiße. Ja. Ist in der Tat ein bisschen scheiße. Okay. Ähm. Eli und Philipp kommen jetzt drauf. Kommen sofort her. Fuck, fuck, fuck. Ah, das ist jetzt ganz dumm. Dann hören wir jetzt damit auf. Kurz mit dieser Base bauen hier. Weil die werden sofort auf den Server kommen. Ich bin mega aufgeregt gerade. Ich auch. Ich, jetzt kommt gerade bei mir auch so, alter, jetzt kommt bei mir so das Altralin ein bisschen hoch. Oh, Gott. Oh, da sind Äpfel. Ich dachte gerade schon, da sind die. Gott, Alter. Schreck mich nicht so. Nehm hier mal die Kohle auf, weil ich hab hier, wobei, ah, eigentlich, eigentlich sollte ich kurz ne Truhe machen und da alles reinmachen, was... Ja, komm, ich mach das mal kurz. Okay, komm, komm, komm. Pass auf, dass keiner kommt. Sneak, sneak, wenn... Sneak, immer, jetzt. Ich hab gerade richtig Adrenalin-Kick. Die Tür, Mann. Oh, Gott, Alter. Weil wir sind ja auch relativ nah beim Spawn. Ja, also wir müssen jetzt wirklich aufpassen. Komm mal her, komm mal her, bitte. Ich bin gerade ultra langsam, weil ich werde nur sneaken. Na, jetzt brauchst du noch nicht sneaken. Oh, leul, wir haben noch vier Dears auf Reserve. Wie nice. Oh, leul. Die packe ich da auch mal rein. Okay, pack da alles mal rein, was wir jetzt nicht brauchen. Direkt. Schwarzpulver. Soll ich da auch voll reinpacken? Oh, okay, sie sind da, sie sind da, sie sind da. Sie sind da. Hey, we got to. Alter, sie... Ja, ich mach den. Nee, komm mit, komm mit. Wir gehen hier wieder raus. Wir gehen hier wieder raus. Komm, komm, komm. Okay, warte mal. Philipp hat irgendwie Probleme. Der kann nicht joinen. Ah, doch. Schnell, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Digga, schnell. Wir dürfen das hier nicht verraten. Oh, fuck. Wo hab ich die Spitzhacke hin? Bin ich dumm? Fuck, ich hab keine Spitzhacke mehr. Ich baue das Zeug gerade mal ab. Er baue es mal ab. Alles. Wir müssen wirklich jetzt aufpassen. Jetzt ist es, jetzt ist es kritisch. Jetzt ist es kritisch. Sneaken jetzt, ne? Okay, ganz kurz. Ähm, ich muss mir ganz kurz die Koordinaten aufschreiben. Kannst du auf mich aufpassen? Kannst du auf mich aufpassen? Ja. Ja, kriegst du es hin? Hoffe. Ich brauch es mal. Ich muss mir das nachher noch in mein Handy einspeichern. So, ganz schnell. Und zwar. X ist 450. Und Z ist 600. Äh, nee, 800. 65. Okay, gut. Perfekt. Okay, jetzt suchen wir die. Komm, auf. Hast du noch genug Essen? Ja, absolut. Okay. Wir gehen jetzt auf Bäume und schauen. Halten auf den Ausschau. Aber immer schön, immer wieder sneaken und gut umschauen. Oh fuck. Scheiße, ich bin auch in der Fall. Das war dumm. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Bist du hinter mir? Wir müssen jetzt wirklich zusammenbleiben. Wird das nicht tun? Auf jeden Fall. Dann sind wir geliefert. Bist du hinter mir? Ja. Ja. Alles gut. Da vorne ist der Spawn. Lass mal an Spawn gehen. Lass mal zum Spawn gehen. Vielleicht sind die da. Alter, ich hab grad so den Schock meines Lebens. Also wir müssen auf jeden Fall, wenn wir ein weiterer... Bist du hinter mir? Komm, 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 komm. Alter. Bin jetzt so fucking aufgeregt. Bitte. Lass sie uns finden. Komm hoch, komm. Wir sind nicht beim Nether-Portal. Alter, hab ich gerade Adrenalin im Blut, Alter. Das ist so heftig. Das ist übelst heftig, Alter. Viel schlimmer, als wenn man jetzt bei einer Achterbahn ist. Ja, das ist halt echt so. Alter, hast du ein Crafting-Table? Ja, vier Stück. Stell mal einen auf. Und schau immer wirklich gut um dich. Danke. Wie groß ist eigentlich die Map? Weiß ich. Also ich weiß nicht, wie groß genau. Ich hab sie zwar selber gemacht, aber ich hab einfach einen Radius eingegeben und... Ja. Also ich weiß nicht ganz genau. Ich glaub 600 auf 600 oder sowas. Ich weiß nicht. Kann auch 300 auf 300 sein. Ich baue mich mal kurz hoch. Warte mal, ich muss mal Wasser hier reinmachen. Vielleicht kann ich ja MLG machen. Wenn es schlecht läuft. Ich will mal hier ganz hoch bauen. Und schauen, ob ich die sehe. Ne. Ich seh die nicht. Okay, wir gehen in den Nether. Wir gehen in den Nether. Die werden da sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil, ähm, die letzte Folge, die sie aufgenommen haben, da ist, äh, Ely gestorben. Und dann hat er gesagt, dass der in den Nether muss. Aber ich konnte ihn nicht zu Philipp tippen. Also der, der ist da oben gespawnt. Auf dem, auf dem gelben Vieh da. Und, oh fuck, wir haben vergessen uns, äh, in unser Bett zu legen. Egal. Komm, komm, wir gehen jetzt mal, wir gehen jetzt mal hier runter. So, komm. Bist du, bist du hinter mir? Ja. Ich hab den größten Adrenalin-Kick aller Zeiten. Alter, ist das grad so heftig. Weil es kann ja sein, dass die sich jetzt vor das Portal gammeln. Ja, könnten wir halt echt sein. Okay, auf drei gehen wir rein, okay? Eins. Ja. Eins. Zwei, drei. Zwei. Ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch. Komm jetzt. Okay, komm her, komm her, komm her. Okay, alles safe gerade. Wir müssen wirklich gut um uns schauen. Die Frage ist halt, wo sind sie hin? Das ist halt jetzt hier die Frage, ne? Egal, wir bauen hier, wir machen jetzt einfach als... Hey, warte mal. Der Stein da vorne. Haben wir das gemacht? Ne, ne? Das waren wir nicht. Ne. Es sollten auf jeden Fall... Hast du Stein dabei? Äh... Cobblestone. 18. 18, scheiße. Wie? Ne, ich hab 64 auch noch. Gib mir mal 64 bitte, weil wir müssen... Müssen auf jeden Fall... Ähm... Den Weg markieren, den wir laufen. Komm, lass mal hier runter gehen. Hier ist er schon markiert. Lol. Lol. Was ist? Da unten sind Truhen. Achtung, das ist Soul Sand hier. Da ist man langsam. Fuck. Ganz schlecht. Wo bist du? Wo bist du? Ich hab hier, komm. Genau. Ja, ich hab... Mach am besten so eine Abwehrhaltung dann. Das ist nicht ganz so viel Schaden. Okay, hier ist nur Korbel drinne. Hier ist nur ein Schwert drinne und Goldnuggets. Lol. Das ist ne... Das ist ne Falle, oder? Das dürfte ne Falle sein. Warte mal. Geh mal weg. Geh mal ganz weit weg. Ne, das ist nicht gewesen. Okay. Alter, bin ich gerade angespannt. Was schreibst du? Ich frag die, wo sie so grad sind. Vielleicht sagen die ja uns, wo sie sind. Also wahrscheinlich eher nicht, aber... Wer weiß. Wer weiß. Und er schreibt weiß auch noch falsch, Alter. Mami, ich mach das falsche Zeichen. So. Jetzt ist halt echt die Frage, was machen wir? Was machen wir? Weil ich will jetzt kämpfen eigentlich am liebsten. Ich auch. Mann. Alter, hinten ist das Nether-Portal. Ja. Vielleicht lass mal hinter das Nether-Portal ein bisschen schauen. Komm schon, bitte. Gebt uns nen Anhaltspunkt. Sonst ist echt mega lame. Baut dir ein bisschen Level ab, aber... Vielleicht. Ah, solche dummen Huren. Oh, Mann. Oh, scheiße. Gas. Oh, Gas. Oh, Gott, Alter. Ich... Rechtschreibung des Todes gerade. Ich bin grad so aufgeregt. Ich tippe auf alles drauf, Alter. Das ist grad richtig heftig. Ich bin auch grad mega aufgeregt. Boah, Mann. Ich will einfach... Ich will die Schnetzeln. Kommt schon, bitte. Gebt uns nen kleinen Tipp. Mann. Die müssen doch hier irgendwo sein. Mann, das ist doch echt behindert. Ich glaub nicht, dass die so weit sich entfernt haben vom Nether-Portal. Wahrscheinlich sind die gar nicht im Nether. Jetzt reicht ja auch nicht, aber... Alter, meine Hände sind grad so übelst zittrig. Ich hab Spaßbeschütztes Mal. Ich schreib mal was. Ja, ja. Alter, ich hab so zittrige Hände gerade. Das ist so unfassbar. Okay, die Folge ist vorbei. Lass mal lieven. Lass mal lieven. Okay. Okay, Leute. Wenn euch die Runde gefallen hat... Alter, boah. Ich bin grad so aufgeregt. Dann lasst bitte eine Bewertung. Da wird uns auf jeden Fall extremst freuen. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Runde. Haut rein. Ciao. 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 Vielen Dank.